hey leute willkommen zurück zu remothered okay ich habe ein bisschen schiss aber wir machen weiter natürlich ich habe leider keinen platz dafür warum sieht man nicht sofort wo ich was habe also ich habe den ground floor corridor key ok ja doch ich habe noch alles ja es gab nämlich schon wieder ein update leute es hat sich wieder alles zurückgesetzt und ich bin froh dass mein spielstadt nicht verschwunden ist dort wo ist er denn ist er in seinem büro ich muss jetzt einfach mal ja das erste was ich machen würde übrigens schuhe ausziehen sie rennt ja mit ihren mit hochhackigen schuhen über holzboden oh nein 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 der typ ist am altigen arsche wahrscheinlich das weiß ich nicht und seine tablett ihr habt das gesehen nein nein ist alles gut oh nein hier geht es nicht weiter nein 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 oh scheiße ich dachte da geht es runter oh bitte nicht was sinkt denn hier so okay also er kommt nicht oder das schwein warte ich kann mir den stuhl angucken oh gott er ist nicht mehr da wo ist er denn ist er gerade über mir er hatte keine sichel auf seiner farm er legte ich doch schlafen man da ist auch scheiße dachte er ist oben irgendwo wenn doch bestimmt die weglocken den fernseher konnte ich einschalten da oben da muss ich mich nur ein bisschen beeilen und durch sprinten wenn es geht er läuft gerade es hört sich so an dass er genau neben mir ich bin nicht hier ich bin nicht hier ich bin nicht hier Ah, nein, der sieht mich doch hier. Ich bin auch kein Tourist, du Schwein. Oh Gott, lass mich, lass mich, lass mich. Hier sind wir immer noch hinterher. Oh Gott, oh Gott, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Nein, 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 er kommt. Er ist nicht besonders schnell, muss man jetzt mal sagen. Okay, offensichtlich hat er mal eine Spur verloren, hm? Oh Gott, oh Gott, er kommt die Treppe runter, oder? Oh wow, ich geh grad den Keller, oder? Muss ich irgendwo, kann ich den ablenken? Warte mal, mit dem Radio vielleicht? War doch ein Radio. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Boah, ist das laut, ne? Das musst du doch hören. Oh Gott, er ist ja schon da. Sein nackten Arsch. Und er ist echt verdammt schnell. Das ist aber blöd, ne? Welche Tür kann ich jetzt damit aufschließen, ist die Frage. Komm schon. Hier hier? Von der anderen Seite. Bin auch mal auf der anderen Seite, wenn es so weiter geht hier. Macht sie das nicht automatisch? Warte mal. Use? Was war er? Okay, okay. Oh Gott, hier ist noch ein Speisesaal. Was ist denn hier noch? Was für ein riesiges Haus bitte? Kitchen. Ab ins Kittchen. Äh. Da tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Die Motten, das sind Motten. Ist ja geil. Ich weiß nicht so ganz wo er gerade ist. Was? Was? Ich kann noch die Tür zu halten. Mit der rechten Maustaste. Okay, jetzt glaube ich gerade ganz woanders. Er schreit wieder irgendwas rum. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, was sie vor hat vor allem. Was ist ein riesiger Speisesaal? Was für eine Hütte ist das bitte? Ach, was zum lesen, ha? So viel Zeit haben wir jetzt, oder wie? Warte, das mache ich gleich. Wenn ich da irgendwo ein bisschen... Was... Ah! Gott nein! Ohoho! Was? Das ist ein Puzzleteil? Ich brauche das in meinem Leben. Ich brauche das in meinem Leben. Ein Metal-Kabel. Ja, ich meine es ist Metal, ne? Ich würde sagen, das hat er doch hundertprozentig gehört. Nein, nein, nein! Brauch was damit zu benutzen. Das ist das Schwein. Oh, scheiße. Wer da hinwackelt mit seinem Lederarsch. Dr. Reed! Are you doing some overtime? Ich mache immer Stunden, weil ich ein guter Doktor bin. Haha, Infirmary. Oh, da ist er. Oh, du hast mich nicht gesehen. Du bist ein Schwein. Oh Gott, halt, ich gehe erstmal speichern hier, hm? Ja, ich kriege ja auch Migräne langsam. Ach guck mal, das geht in den Speisesaal hier, wettig, hm? Die Tür. Ah, press E to take the rope. Ja, mache ich doch. Was, was, was? Okay, okay. Ach komm, wir lesen mal den, wir lesen mal den Text jetzt. Ich will das jetzt wissen, was da stand. Was? Wyman's Suicide. Also Wyman's Selbstmord. Hm. Ähm. Ähm. Verdächtigter wegen Kidnapping und, ja, wegen Kidnapping, hat der, hat der Bekannte, hat, was? Und Arson, ja, wegen Kidnapping und wahrscheinlich Mordes, hat, äh, Albert Elias Wyman sich selbst erhängt. Da er nicht gegen die Anklage auf, äh, angehen oder, ja, bestehen konnte. Äh. Ja, es gab nicht genug Beweise für sein Verbrechen, aber trotzdem. Äh. The reasons were more than sufficient, however, cover up revenge. Okay, ne, obwohl die Beweise ausreichend waren, ja, oder nicht ausreichend waren, war die Gemeinschaft gegen ihn. 14. November 1971, ein Monat nach dem Verschwinden der 13-jährigen Celeste, das Mädchen hier, ähm, Adoptivstochter von Mr. und Mrs. Felton wurde der tote Körper von Mr. Wyman, dem hier, ähm, gefunden, wie er sich in seinem Haus erhängt hatte. Auf jeden Fall war er, war er der Verdächtige im Verschwinden, äh, also im Fall des Verschwindens des jungen Mädchens. Äh. He was also accused, äh, arson at the cloister. Ja, wahrscheinlich so Kindes, äh, Misshandlung oder sexueller Belästigung von Kindern, ich weiß es nicht, aber das ist alles scheiße, was, ja. Äh, gut. Was? Wyman intimidated several times his business partners. Also er hat seine Geschäftspartner bedroht. Die Feltons und Ex-Angestellte. Die Ash-Mans. Ähm, Moment. Ah, das ist ja, äh, 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 äh. Ah, die Motten hier, es geht um die Motten. Ähm. Ja, also die, die Art und Lebensweise dieser Motten, könnte der Schlüssel sein, der fehlt für die moderne Medizin. Äh. Ach so, es geht auch wieder um dieses Phenoxyl. Diese, dieses Medikament, was da, äh, entwickelt und abgesetzt wurde, wieder oder entfernt wurde, sag ich mal. Es verursacht Neurolog- Neuroleptic Damage und Photosensitivity. Gep sad, äh, äh? Gep pasto, äh,從 similar symptoms in addition to 19, lower controls. Ellergy to cortison. Allergy gegen cortison. Fontosensitivity and Neuroleptic Damage. Also ja, photosensitivity, dieses, äh, Unverträglichkeit gegen Licht. Hm. Ein anderer Nebeneffekt ist, dass Schäden im zerebralen Kortex, Halluzinationen, Amnesie und Gedächtnisveränderungen. Außerdem, was? Investigations confirm the malicious nature of the fire. Oh, das wurde abgefackelt. Das Haus wurde abgefackelt von ihm, oder wie? Okay, es wurde entzündliche Stoffe in die Wasserröhren gekippt, was auch auf den Rosso-Gallor-Feldern benutzt wurde. Der ganze Flügel vom Palast der Ashmans wurde durch die Flammen zerstört. Ah, interessant. Ja, ich würde es gerne mehr verstehen, aber ich will es nicht ewig übersetzen und... Naja. So ein bisschen der Verständlichkeit wegen für euch vielleicht noch, aber... Oh, ist das die Eingangstür? Die ist abgesperrt! Kann ich hier das Licht ausmachen vielleicht? Ich kann mich hier nicht verstecken. Du blöder Penner! Hau ab! Das ist schön für dich, wenn du schlafen willst, aber ich möchte hier gerne überleben. Ich sehe hier nichts, ne? Ich habe auch ein Geschenk für dich. Ich habe da gar nicht ein Messer in den Hals. Nein, noch die Schütze! Hau! Dr. Reed, du denkst wirklich, du wirst davon weggehen? Da liegt eine Puppe? Nein, ich will die Tür zu halten. Aber sie macht es nicht. Hilfe! Nein, nein, nein! Aua! Mach dir die Tür doch zu! Gebt ihr gleich Slut! Oh nein! Nicht hier! Ahaha! Ahaha! Die Tür ist doch außen aufgegangen. Halt die Tür zu! Nein! Nein! Ich muss beide drücken. Oh Mann. Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Ohohohohoho, was war das eben? Was war das eben? Und Diversion. Ja komm, mach auf. Achso! So geht das! Wenn ich gedruckt bin, kann ich die Tür so ein bisschen, so einen Spalt aufziehen. Ja und jetzt, was habe ich jetzt für Objectives? Sag mal, äh... Write an alternative way out, explore the mansion, investigate on the disappearance of Celeste. That's all. Try to remove the object stuck in the drainpipe. Was? Was? Ähm, find whatever you need to activate the stairs controller in the basement. Okay, das ist interessant. Und ich habe jetzt die ganze Zeit so ein scheiß Update im Vordergrund von Windows. Warte mal. Äh... So, alles klar, entschuldigt bitte. Windows ist einfach mal dreist. Oh, da ist was drin. Was ist das denn? Ich werde es nicht sehen. Achso, das ist eine Haarnadel, okay. Ah, da kommt er schon wieder. Dieser Alte. Dein Arsch. Warte mal, ich kann doch bestimmt so ein Gegenstand werfen, um ihn abzulenken. Hier, Throwable. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich mich verteidigen soll. Oh Gott, wo ist er denn lang mit seinem Faltenrock? Ich meine, es gibt Leatherface und es gibt Lederarsch. Er ist Lederarsch. Wer ist der Arsch? Das ist mein Haus. Du kannst das nicht tun. Ich darf das. Was? Was? Okay. Der Cycle... Der kleiner Cycle ist der größere. Das weiß ich nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir schaffen das. Was? Was? Wir werden doch auch was bestimmt aussperren, oder? Zum Glück ist es nur ein alter Mann. Oh Mann, oh Mann, wo war der Spiegel jetzt doch mal? Ja? Ah, okay, okay. Drück E. Ja, mach doch E. Haste the Diversion heißt es, sie lässt doch eigentlich was fallen dafür, oder? Ne, sie legt es einfach auf dem Boden, das Seil. Ah, als wäre ich hier, alles klar. Dieses ekelhafte Bild mal wieder. Wo ist der Kerl? Ich lege dich gern schlafen, für immer. Sieht hier schon fies aus, oder? Sie ist schon ein bisschen angekratzt. Sie sind blutig. Okay, okay, wie kann ich jetzt im Keller... Habe ich denn irgendwas? Ich meine... Metal-Cable. Äh, Chandelier, I think I can still support the weight. Nein, nein, nein. Im Gewicht soll ich irgendwas? Warte, warte, warte. Das Gewicht. Es hält noch das Gewicht. Aber... Wo, wo, wo? Oh, Leid. Ich möchte nicht spielen mit dir. Du ekelhafter Kerl. Was in den Keller? Vielleicht kann ich im Keller irgendwas jetzt machen. Oder warte mal, ich geh mal rauf. Sie sagt ja, der Aufzug steckt irgendwo fest. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich will nur, wir leben. Ist das denn eine Schnur? Hä? Oh, warte mal. Damit kann ich mein... Das ist eine Schnur und damit kann ich mein Defense-Item verbessern. Okay, Leute. Ich lege mich erstmal auf die Couch hier. Ich habe so ein bisschen Angst. Dieser alte Knitter-Leder-Arsch da, der verfolgt mich. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Verdammt. Gut. Aber ich mache jetzt mal Pause. Wie gesagt, es wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst und was Nettes schreibt. Wir sehen uns wieder zu Remothered. Beim nächsten Mal. Macht's gut. referenced der Beatrice. Der Beatrice, Der homeowners ablります,